Die Ampelregierung steht vor einer Zerreißprobe. Die USA gehen hart gegen TikTok vor. Es wird da vielleicht sogar verboten. Und das, obwohl gleichzeitig der US-Außenminister sich gerade in China beschwert hat, wegen den unfairen Handelspraktiken von China. Aber die interessanteste Meldung der letzten Woche, das war für mich trotzdem der Rücktritt der Chefermittlerin im Cum-Ex-Skandal. Und wie sie das auch begründet hat. Und damit mal wieder herzlich willkommen zu einer neuen Wochenschau. Es ist zum Verzweifeln. Der Frühling ist da, aber mit ihm leider auch wie jedes Jahr die Steuererklärung. Und wie jedes Jahr sage ich, das ist unfair. Und ich verlange ein Treffen mit unserem Bürgermeister. Der soll mir doch da gefälligst mal ein bisschen was verlassen. Ich bin ja immerhin ein YouTuber. Und damit bin ich einer der wenigen in unserem Land, die noch irgendwas Produktives leisten. Werte, die bleiben. Aber wie jedes Jahr, der Bürgermeister will mich nicht treffen. Und der Steuerbescheid kommt dann einfach so rein. München ist aber eben auch kein Stadtstaat, so wie Hamburg. Ich bin nicht die Warburg-Bank und unser Bürgermeister ist nicht Olaf Scholz. Die Kleinen hängt man, die Großen lässt man laufen. Und das sagt ausgerechnet Anne Broer-Hilker. Eine Oberstaatsanwältin, die bis jetzt die oberste Ermittlerin auch war im Cum-Exkandal. Aber letzte Woche hat sie hingeschmissen. Sie hat gekündigt nach elf Jahren. Und sie sagt auch, sie ist überhaupt nicht zufrieden damit, wie man in Deutschland Finanzkriminalität verfolgt. Und sie befürchtet auch, dass dadurch die Bürger das Vertrauen verlieren könnten in den deutschen Rechtsstaat. Und jetzt geht es außerdem ausgerechnet zur Bürgerbewegung Finanzwende. Das ist eine Nichtregierungsorganisation. Und die hat ja speziell der Hamburger Staatsanwaltschaft immer vorgeworfen, dass sie die Ermittlungen da überhaupt nicht verfolgt und dass sie in der Hinsicht auch ein Totalausfall ist. Und klar, an wen denken wir als erstes beim Cum-Exkandal? Als erstes denken wir da an unseren Bundeskanzler Olaf Scholz von 2011 bis 2018, der erste Bürgermeister von Hamburg. Und man muss jetzt natürlich betonen, wie immer es gilt, die Unschuldsvermutung nach wie vor bei dem Ganzen. Aber meiner Meinung nach hat das Ganze eben doch viel Zündstoff. Und es ist potenziell eben auch einer der schwersten Finanzskandale in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland. Warum wird jetzt Olaf Scholz damit überhaupt in Verbindung gebracht? Er hat sich jetzt ja sehr wahrscheinlich nicht selber die Taschen vollgestopft. Zumindest können wir davon jetzt mal ausgehen. Mit so einem kleinen Politikergehalt, da brauchen sie nicht groß anfangen jetzt mit Cum-Ex-Geschäften. Es geht bei dem Ganzen um die Privatbank Warburg aus Hamburg. Es geht um Steuererstattungen von 90 Millionen Euro aus Cum-Ex-Geschäften. Und die Hamburger Finanzbehörde, die hat am Anfang ja gesagt bei dem Ganzen, nicht mit uns. Das Geld zahlt ihr. Und der Aufsichtsratschef Christian Olearius, der ist dann aber zu seinem Bürgermeister eben gegangen und hat gesagt, das sehen wir aber anders. Und überhaupt, das ist ja auch viel Geld jetzt. Das trifft uns ziemlich hart. Das waren die berühmten Gespräche, wo sich Olaf Scholz nicht mehr daran erinnern kann, an den Inhalt. Und was dann aber passiert ist, gut, wir können es nicht wirklich rekonstruieren, das Ganze. Aber was man weiß, Olaf Scholz hat zu seinem Finanzsenator Peter Tschentscher dann gesagt, schau dir das mal an. Und interessanterweise hat eben kurz danach die Hamburger Finanzbehörde beschlossen, dass sie das Geld doch nicht haben will von Warburg. Und wie gesagt, eine direkte Einflussnahme, die ist ja jetzt nicht nachweisbar. Aber es sind sehr wahrscheinlich etliche E-Mails gelöscht worden in dem Zusammenhang. Und es sind sogar zwei Laptops mit 700.000 E-Mails, auch zum Teil in dem Zusammenhang, vorübergehend verschwunden. Man darf jetzt allerdings nicht mehr behaupten, dass die der SPD-Chefermittler versteckt hat, weil das ist dem Stern zum Beispiel gerichtlich untersagt worden jetzt. Und die Oberstaatsanwältin Anne Broer-Hilker, die hat ja 2020 auch eine Razzia geplant bei Warburg, um das aufzuklären. Nur die ist ihr dann aber laut NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung untersagt worden. Warburg ist inzwischen natürlich trotzdem verknackt worden zur Zahlung. Das Gericht ist wohl irgendwie aus unerfindlichen Gründen der Meinung gewesen, dass einem Steuern, die man nie bezahlt hat, dass einem die auch nicht erstattet werden können. Und es hat auch schon ein paar andere Verurteilungen gegeben, jetzt natürlich auch nicht nur bei Warburg. Da sind ja viele mit drin gehangen in der ganzen Sache. Und der geschätzte Gesamtschaden über die Jahre, der liegt aber bei über 30 Milliarden Euro. Und trotzdem gibt es aber auf der Bundesebene noch nicht mal einen Untersuchungsausschuss, was unbegreiflich ist eigentlich. Aber wir wären da wahrscheinlich auch schon weiter, wenn sich die Leute dafür nur halb so viel interessieren würden, wie sagen wir zum Beispiel für Gil Uferin. Und Olaf Scholz, der sagt zu dem Ganzen natürlich nichts. Was soll man auch sagen zu irgendwelchen Sachen, die man vergessen hat? Und man kann jetzt nur hoffen als Bürger, dass er alles andere, was er auch mal gesagt hat, nicht auch schon wieder vergessen hat. Aus den USA, da wissen wir ja, sowas kann bei politischen Führungskräften ein Problem sein. Vergesslichkeit. Ich zitiere ja auch immer wieder gern den Witz, der hier auch schon öfter mal in den Kommentaren von jemandem mal reingeschrieben worden ist. Was ist der Unterschied zwischen Olaf Scholz und Joe Biden? Joe Biden hat wirklich alles vergessen. Hier geht es immer lustig zu. Die Kommentare sind manchmal noch viel besser als die Videos. Ein Grund mehr, dass Sie hier auch immer wieder mal reinschauen sollten und vorbeischauen sollten. Zum Kanalabo geht es hier unten. Olaf Scholz sagt ja auch zur Krise, die im Moment die Ampelkoalition hat, nicht besonders viel. Auf die kommen wir jetzt auch gleich noch. Und er sagt überhaupt nicht besonders viel zurzeit. Er profiliert sich jetzt im Moment hauptsächlich als Außenpolitiker. Das ist seine Taktik. Jetzt war er zum Beispiel wieder in China. Das hat er auch ganz gut gemacht, meiner Meinung nach. Er ist da moderat aufgetreten. Er deeskaliert da im Moment. Und damit ist er ja auch ein Gegengewicht zu dem, was da sonst so aus dem Westen kommt nach China. Letzte Woche war nämlich auch Anthony Blinken in China der US-Außenminister. Und das war dann alles andere als moderat. Anthony Blinken hat dann nämlich auf den Tisch gehauen und hat unter anderem gesagt, die USA, die wollen jetzt endlich mal einen fairen wirtschaftlichen Wettbewerb. Und das aber, während gleichzeitig in den USA Joe Biden ein Gesetz unterschrieben hat, dass TikTok da jetzt entweder verkauft werden muss an ein US-Unternehmen innerhalb von einem Jahr jetzt auch oder aber, dass es geschlossen wird. TikTok gehört zu ByteDance. ByteDance ist auf den Cayman-Inseln eingetragen. Die Zentrale ist aber in Peking. Und TikTok ist ja fast überall weltweit wahnsinnig populär. Das hat nur in den USA 170 Millionen Nutzer. Aber die amerikanischen Politiker, die hassen es. Und da sind sich die Demokraten und die Republikaner übrigens auch ausnahmsweise mal einig. Und ich habe hier ja schon mal darüber berichtet, was die TikTok alles vorwerfen in den USA. Und dass das eine App für Drogendealer ist. Und dass die Kinder deswegen Essstörungen haben. Und wie auch der TikTok-Chef mal in den amerikanischen Kongress zitiert worden ist. Und da immer wieder unterbrochen worden ist und hysterisch niedergebrüllt worden ist. Letzten Endes geht es bei der Sache ja darum, TikTok könnte der chinesischen Regierung nahestehen. Und damit ist es für die USA ein nationales Sicherheitsrisiko. Und da ist es auch völlig egal, dass die Daten da jetzt auf amerikanischen Servern liegen. Und dass das auch ja über Oracle läuft, das Ganze. Aber Jake Sullivan, der nationale Sicherheitsberater der USA, der hat es wunderbar auf den Punkt gebracht, das Ganze. Er hat gesagt, wollen wir, dass TikTok als Plattform in Besitz eines amerikanischen Unternehmens ist oder dass es China gehört? So einfach ist es also. Es ist eigentlich grundsätzlich nichts anderes als eine Enteignung von einem der größten digitalen Unternehmen der Welt, das nur in den USA letztes Jahr einen Umsatz erzielt hat von 16 Milliarden Dollar. Und man geht davon aus, wenn TikTok jetzt in den USA verkauft wird, dann ist der Käufer wahrscheinlich entweder Oracle oder Microsoft. Aber die Hauptprofiteure von dem Ganzen, das egal, ob es jetzt verkauft wird oder ob es verboten wird, das sind sehr wahrscheinlich Mieter, also Facebook oder eben auch Google. Die haben dann einen Konkurrenten weniger, beziehungsweise der Konkurrent, der wäre dann stark geschwächt. Und TikTok will jetzt natürlich nicht verkaufen, sie wollen dagegen klagen. Und das alles, das fällt aber eben auch noch zusammen mit den schwarzen Listen in den USA von vielen chinesischen Unternehmen, die sanktioniert werden, mit Huawei, mit neuen Sanktionen auch, die wir jetzt haben, gegen chinesische Biotech-Unternehmen. Und immer wieder auch Initiativen jetzt auch, dass man auch Timu stoppen muss, weil die sind ja in den USA inzwischen auch sehr erfolgreich. Und natürlich allen voran das große US-Halbleiter-Embargo gegen China mit dem Ziel, dass man China eben abschneidet von Hochtechnologie und von der technischen Weiterentwicklung. So dass man leider doch sagen muss, jetzt mal völlig unabhängig davon, was man sonst so hält von den USA oder von China, aber die Feindseligkeit, die Eskalation, die ging in den letzten Jahren fast nur von den USA aus. So dass China jetzt schon auch mit einer gewissen Berechtigung sagt, man muss sich jetzt wirklich mal entscheiden, will man Kooperation oder will man Konflikt? Und dass Xi Jinping jetzt sogar gesagt hat zu Anthony Blinken, hört auf, doppelgesichtig zu sein, hört auf zu heucheln und das eine zu sagen und aber das andere zu machen. Es war also jetzt ein Besuch, der nichts gebracht hat, der eigentlich alles nur noch schlimmer gemacht hat wieder, so dass wir leider sagen müssen, wieder mal im Moment, die Blöcke, sie driften immer weiter auseinander auf der Welt. Wir sind mitten in einer globalen Desintegration und so wie es ausschaut, müssen wir fast schon froh sein, wenn es nur bei dieser wirtschaftlichen Desintegration bleibt und wenn es nicht noch weiter geht. Desintegration, Eskalation, Feindseligkeit, das ist auch unsere Ampelregierung. Die FDP, die hat jetzt ein Zwölf-Punkte-Papier veröffentlicht für eine Wirtschaftswende in Deutschland und das ist eine Ohrfeige und zwar hauptsächlich für den eigenen, oder für die eigenen Koalitionspartner. Man kann jetzt natürlich sagen, naja, okay, es war Parteitag bei der FDP und dann ist ja auch bald Europawahl, also irgendwas muss die FDP jetzt langsam mal machen und im Moment würden sie ja auch nach manchen Umfragen noch nicht mal mehr im Bundestag kommen. Aber das, was sie jetzt fordern, zum Beispiel Abschaffung der Rente mit 63 Jahren oder Kürzungen beim Bürgergeld auch, wenn jemand Jobs ablehnt, das ist ja vor allem eine Abrechnung mit der Politik der eigenen Koalition, so dass Markus Söder zum Beispiel ja jetzt auch gesagt hat, das ist für die Ampelregierung die Scheidungsurkunde, dieser Plan. Von ihm erwartet man natürlich auch nichts anderes, als dass er sowas sagt. Aber auch die SPD hat ja schon gewarnt, solche Forderungen gefährden die Ampel und es wird inzwischen ja auch schon drüber spekuliert, so wie hier jetzt beim ZDF, ob die FDP jetzt vielleicht wirklich hinschmeißen könnte und sogar der Verkehrsminister Wissing von der SPD selber warnt davor, dass sie jetzt hinschmeißt. Und wenn sie ihren eigenen Zwölf-Punkte-Plan ernst nehmen würde, dann müsste sie eigentlich auch hinschmeißen. Ganz einfach, weil der größte Widerspruch dagegen, der ist ja jetzt die letzten Tage aus der eigenen Koalition gekommen. Was ist es also noch, das mit der Ampel jetzt? Es ist ja nicht mehr im Ansatz miteinander vereinbar, was die vertreten. Das muss jetzt natürlich nicht heißen, dass die Ampel jetzt die nächsten Wochen gleich auseinanderbricht. Die wären natürlich schön blöd, weil zu einer, außer einer großen Koalition als Alternative jetzt, da gibt es ja im Moment keine Möglichkeiten mehr bei der Sitzverteilung. Und bei Neuwahlen, da hätte keine von den Ampelparteien zurzeit eine Chance, dass sie noch in der Regierung wäre. Aber es kommt jetzt eine große Belastungsprobe, nämlich der nächste Bundeshaushalt. Da haben wir bis jetzt ein Loch von 25 Milliarden Euro und gleichzeitig sollen ja die Verteidigungsausgaben steigen. Und das aber eben auch kombiniert mit der Schuldenbremse, auf die die FDP ja besteht. Während die Grünen und die SPD, die wollen diese Schuldenbremse ja unbedingt aufheben. Ist jetzt zwar nicht grundgesetzkonform, aber die letzten Jahre war das ja auch egal. Und das heißt, sie blockieren sich jetzt natürlich gegenseitig wahnsinnig. Sie sind gelehnt und wirklich Politik, das ist meine These, wirklich Politik wird es jetzt unter dieser Regierung nicht mehr geben. Auch nicht ihre eigene Politik, auch noch nicht mal Klimapolitik jetzt. Jetzt mal abgesehen von dieser Balkonkraftwerkssache da gerade, das war jetzt aber auch nicht unbedingt der große Wurf. Lange Gesichter, es kommt nichts mehr, es kann auch gar nichts mehr kommen. Und man wird jetzt die nächsten anderthalb Jahre einfach absitzen. Christian Lindner, der hat das Motto dafür schon vorgegeben, als er gesagt hat zu den Koalitionspartnern, Und wenn man gehässig wäre, dann könnte man sogar sagen, für die Ampel ist das, wenn es so läuft, vielleicht sogar das Beste, was ihr passieren kann. Weil, als sie wirklich noch Politik gemacht hat und auch machen konnte, da waren die Leute ja völlig entsetzt und die Umfragewerte sind abgestürzt. Jetzt, wo langsam klar wird, da kommt nichts mehr. Jetzt gehen die Umfragewerte wieder langsam nach oben. Auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen populistisch klingt, da muss man natürlich aufpassen. Populismus ist das Übel unserer Zeit. Das sagt auch unser Bundespräsident, so wie die FAZ hier schreibt. Steinmeier geiselt verantwortungslosen und hemmungslosen Populismus. Recht, so habe ich mir gedacht, als ich das gelesen habe. Man muss die Feinde der Demokratie mal klar benennen. Mal sehen, ob er das auch tut in dem Artikel. Und er hat es auch getan. Da steht nämlich, der Bundespräsident hat die Seite 1 der ersten FAZ gelesen und er sieht sich bestätigen. Da kann man wirklich nur sagen, hoffentlich nimmt die FAZ das jetzt auch ernst mit der Populismusrüge vom Bundespräsidenten. Weil so geht es ja da wirklich auch nicht mehr weiter. Dann schon lieber Qualitätsmedien konsumieren, so wie TikTok. Da gibt es auch immer wieder irgendwas Neues. Zum Beispiel hier ein netter älterer Herr. Der zeigt auf einem TikTok-Video den Inhalt seiner legendären Aktentasche. Ja, hoppla, da ist ja das Cum-Ex-Laptop, das verschwunden ist. Hoffentlich hat da gleich jemand die Polizei gerufen. Und apropos Qualitätsmedien. Ich würde mich natürlich freuen, wenn Sie auch in Zukunft hier öfter wieder dabei sind. Und wie gesagt, so ein Kanalabo geht es hier unten. Alles Gute Ihnen. Dankeschön fürs Zuschauen.